hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde von shieldwall und ja in der letzten folge haben wir ja die große stadt eingenommen und das hat dazu geführt dass wir das jetzt im battle mode spielen können und das werden wir heute auch direkt mal tun denn wir starten das jetzt mal ich habe schon alles eingestellt wir sind in ägypten und wir spielen heute mal kleopatra mal gucken okay das ist kleopatra enemy has got reinforcements genau das ist auch so das kann auch so ruhig bleiben zack 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 leute so meine großen männer komme ich jetzt hier raus hier hatte ich schon mal jetzt direkt ein update mit of units erfolgt mir jetzt mal es wird glaube ich gar nicht so einfach sein das zu verteidigen wir spielen gegen gallia ja genau hier sind waren nämlich welche noch von uns hat was hat die für eine dumme stimme schrecklich naja egal wir halten die auf was 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 jawohl ja jung ist da kommt die wieder warte los leute attacke kleopatra ist hier ist die ganze zeit da es kann nichts passieren und hier private eine kommt die wieder er wollte kommen wieder leute warte ich mache jetzt mal hier kommt man so hier steht mal da, genau und ich stehe hier oben und jetzt kommt's zack nein ah tak äh 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 oh ja, okay Leute, also ich glaube diese Map ist wenn wir verteidigen, so easy ich sei jetzt mal weil wir können das jetzt einfach einnehmen dann, dann war's das schon mit dem mit der mit dem Ding für heute ich nehm grad drei Minuten auf okay, okay wir haben direkt gewonnen hi oh daneben oh nein warte, wie lässt sie sich auf dem Schwert spielen und dann haben wir schon gewonnen okay äh ja, Leute also ist irgendwie ein bisschen witzig also na, ihr wisst schon, ne ich glaube, ich war auch ein bisschen ich glaube, ich glaube, ich habe auch ein bisschen an, ihr wisst, ich weiß auch nicht wie ist es wir sind ich glaube, ich glaube, ich habe auch ein bisschen